Das ist natürlich blöd, dass pro Runde nur einmal angreifen kann, aktuell. Super. Triff ihn, sonst bist du tot. Max. Fuck. Face. Boah. Boah. Super. Super. Ja. Jetzt aber heil dich, ey. Gut. Alles klar. Nächste Runde. Jetzt hau das Ding doch mal weg. Endlich. Fucking finally. Aber deswegen ist Luden. Du hast nicht genug Aktionspunkte, deswegen werde ich jetzt auch den Zug und den Kampf beenden. So sieht's aus. Jetzt aber. Nix. Schade. Okay, erstmal da weiter. Das war nur diese Ratte. Aber hey, die bäsch ich auch weg. Äh ne, es sind sogar zwei. Uh. Boom. Boah, ich vergesse. So, okay. Nothing happens. Okay. Ah, reicht nicht. Wait. This should work. Damn. Oh, dafür lebt's aber noch. Damn. Ah, die kommt hierher. Nein. Bitte nicht. Und sogar perfekt nah. Boom. Fish. Oh. Okay. I'll switch. Na, komm her. Oh. Und dann, let it go. Bam. Ah, schade. Oh, wow, wow. Das war ein Crit-Hit. Crit-Hit. So, ich sollte mich ausruhen. Andererseits. No can do. Ach, Quatsch. Hier. Mit rechtsklick, das geht nicht, wie du sagst. Ne, geht nicht. Ich muss doch die Möglichkeit haben, ein Stimpack direkt zu verwenden, oder etwa nicht. Äh, nö, sieht nicht so aus. Sieht der nicht so aus. Macht der aber auch nichts. Alright. Die. Bibliothek. Okay. Allerdings haben wir das große Tier hier drin schon mal getötet. Schlecht ist natürlich, dass ich jetzt hier keine Waffe ausgewählt habe. Die. Gut. Next. Next. Text. Wollen wir noch was finden. Ist schon mal schön, dass wir Schusswachen haben. Die Monitore sind alle defekt. I knew that. Der Computer ist auch defekt. Da ist aber noch ein Schließfahrer, oder was? Äh, Munition. I'll take everything. Alle. Okay. Okay. Cool. Da ist noch was. Und it's fucking ugly. It is. Kommst du? Ah, jetzt. Okay, cool. Bad. Bitch. Bad. Krieg ich bald nochmal ein Level ab, oder was? Lass ich mal gucken. Wie es aussieht. Er failed. Fuck. Für die sind natürlich die Messer irgendwie besser. Alter. Deutlich. Äh. Ey. What? Wenn dieses Vieh mich jetzt killt, dann lol. Einfach nur lol. Okay, Messer. Fuck off. Stupid. Bitch. There you go. Okay. Okay. So, Computer. Wand, Wand. Nothing. Nothing. Äh. Das ist echt scheiße. Warte mal. Ist das nicht auch noch so ein Versteckteil? Ne. Okay. Sieht nämlich so aus, als würden wir hier nichts finden. Außer diese Ratte hier. Aber die kriegst du direkt. Ja, vielleicht auch nicht. Alter. Gut. Okay. Level up. Eindeutig. Big. Big. Ah, wähle einen Bonus. Heller Kopf. Mit diesem Bonus erhältst du pro Level zusätzlich 5% zu deinen gesammelten Erfahrungspunkten. Besonders nützlich, wenn dieser Bonus zu Beginn des Abenteuers erworben wird. Deine Erfahrung im unbewaffneten Kampf zahlt sich aus. Wenn du deinem Gegner Verletzungen zufügen willst. Pro Level verursachst du im unbewaffneten Kampf und im Nahkampf zwei Verletzungspunkte. Redegewand. Eine redegewandte Person weiß, wie sie ihre Dialogoptionen verbessern kann, ohne genau zu wissen, worum es geht. Bei jedem Level erhältst du einen zusätzlichen Intelligenzpunkt für Dialogzwecke. Schnellere Heilung. Pro Level erhältst du einen extra Punkt für deine Heilung. So können deine Wunden schneller heilen. Starker Rücken. Du kannst Lasten wie ein Maultier schleppen und zwar pro Level 50 Pfund mehr an Ausrüstung. Paschenkünstler, du hast gelernt, deine Ausrüstung besser zu verstauen. Mit jedem Level brauchst du einen Aktionspunkt weniger, um im Kampf auf das Inventar zugreifen zu können. Heller Kopf. Besonders nützlich, wenn dieser Bonus zu Beginn des Abenteuers erworben wird. Und das machen wir auch, weil wir kriegen nach 5% mehr Erfahrungspunkte. Okay. Gut. Dann, warte mal, jetzt haben wir hier natürlich auch wieder... Punkte, die wir verteilen können. So. Erste Hilfe. Erste Hilfe. Und... Nahkampfwaffen auf jeden Fall. Yes. Gehen wir direkt mal auf 80%. Und erste Hilfe. Komm mal mit. Sneaky Beaky. Wir haben noch drei Punkte. Die können wir natürlich auch noch anderweitig verteilen. Noch einen Punkt... Aufreden. Bam. Okay. So. Weiter geht's. Da ist noch was. Ich dachte, ich hätte alles gekillt. Aber offensichtlich habe ich das nicht. Was sehe ich denn da eigentlich? Pfeiler. Gut. Ja. So sieht's nämlich mal aus. Na komm her. Au. Ich hab mich gar nicht geheilt. Macht ja nix. Macht ja nix. Sollten wir jetzt aber tun. Äh. Arst. Bei dir stellt sich keine Heilung ein. Ja. Das ist auch alles für... Für... Spezielle... Sickness. Ne. Trainkrankheit und sowas. Aber gut. Macht ja nix. Das ist eine äußerst gute Frage, die ich auch gerne verstehen würde. Nagito. Überaus mächtig vor allem. So. Na ja doch. Wir wollten kämpfen hier. Komm. Hier waren wir auch noch nicht drin. Das heißt, jetzt können wir freiwilligst kämpfen. Wow. Das zieht sich natürlich schon hin, wenn man hier so durchpimmelt, ne. I can smell it. Das Game wird lange. Computer, Wand, ist aber auch alles kaputt. Aber trotzdem sieht's ähnlich aus wie im anderen Vault. Ja, genau. Für Ehe und Ruhm. Was dann? Also, wie ich sehe, haben wir hier nichts. Ich weiß auch nicht, ob der Poop-Boy das jetzt realisiert hat inzwischen schon, dass es hier nicht weiter geht. I don't know. Denn hier ist nischt. Ah, da ist ein Buch. Erste Hilfe Buch. Not bad. Okay. Aber sonst war's das, oder? Poop-Boy. Was sagst du? Status. Vault 13. Suche den Steuerchip. Ja. Nothing found. Indeed. Aber gut. Vielleicht finden wir ihn ja. Oder auch halt eher nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Lüftungsschlieds. Ich glaube nämlich ziemlich, dass wir jetzt so eigentlich alles durchsucht haben. Oder? Nothing found. Wo soll er denn sein? Besteuert G-App. Ist hier irgendwas, was anders aussieht? Nicht wirklich, ne? Computer. Computer, Computer. Computer. Band. Band, ja. Computer. Scheiße. Nee. Witz so direkt. Defekt. Funktioniert nicht mehr. Defekt. Defekt funktioniert nicht mehr. Und so weiter. Und so fort. Funst nicht. Wow, wow. Lüftungsschlieds. Also ich bin mir echt absolut nicht sicher, wonach ich jetzt hier eigentlich suche. Denn es sieht so aus, als wäre der Chip nicht hier. Oder sehe ich das falsch? Irgendwie nicht. Ich glaube, der Chip ist nicht hier. Oh, ich will nix arg greifen. So sieht's aus. Ha. Was sagt ne Pip-Boy? Er sagt das immer noch wahrscheinlich. Halte die Red Scorpions auf. Jawohl, suche den Steuerchip. Mehr steht hier nicht. Karte von Vault 13. Wir sind jetzt hier in der Kommandozentrale. Oder? Ja. Aber ich sehe nothing. I would say there goes nothing. Ja. Hm. Ganz schlecht, eigentlich. Na gut, das gilt ja nicht nur für den Vault. Das ist hier übergreifend, eigentlich. Ich bin ja schon mal froh, dass wir es soweit geschafft haben. Äh. Trotzdem. Werde ich das Gefühl nicht lose, dass der Steuerchip hier trotzdem irgendwo sein müsste. Was aber anscheinend nett ist. Nett ist. Du siehst, Eingang. Na, wenigstens haben wir jetzt alles gekillt. Ich denke auch nicht, dass er hier ist. Was ist das, ein Stuhl? Ja. I guess not. Kein Chip. Kein Fun. Ha, ha, ha. Aber bevor ich jetzt natürlich wieder zurückreise. Müssen wir gucken. Füftungsschliets. Ob der Pip-Boy nicht jetzt nochmal was ablässt. 115 Tage übrig. Findest du? Also, da waren mehrere blaue PCs, aber ich kann gerne nochmal gucken. Let's have a look. I don't care. I don't care. Guck mal. Ich office so. Untertitelung. BR 2018